Jo, wir sind wieder bei Jessys Kampfschloss. Ich habe gerade den Namen meines eigenen Projektes vergessen. Mann, bin ich gut. Es ist ja nicht so, als hätte ich gerade eben schon sechs Folgen aufgenommen. Nein, das ist gerade die erste Folge, die ich heute aufnehme, natürlich. Deswegen kommt es ja auch als siebtes. Ja. Nein. Machen wir weiter. Ähm. Ja. Der nächste Kampf. Mal gucken, wie es diesmal ausgehen wird. Ähm. So, das war jetzt der siebte. Oder? Moment, jetzt muss ich doch noch mal kurz schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, ja. Der siebte Kampf. Deswegen auch Lied Nummer sieben. Ah. Mal eine Abwechslung. Gut, das wäre mir da jetzt gerade nicht so sehr gefallen, aber mal eine Abwechslung. Schöne Pokémon sehe ich da. Sehr schöne. Äh, wir fangen mal damit an. Und schauen mal, was passiert. Hatte ich mir nicht eben schon Team... Ach nee, das ist nicht Teamplayer, es ist, äh, Boss. Oder? Ach, ich hab doch keine Ahnung. Ja, hab mir schon fast gedacht, dass... Das Viecht als erstes kommt. Joa. China, komm mal bitte zurück. Hier, Frankie, fang mal ab. Und so. Sturzflug. Oh, okay. Ich hätte was anderes erwartet. Ei, 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 ei. Ei, 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 hat das Schaden gemacht. Ei, 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 ei. und auch ein sturz flug und tschüss frankie doch sehr viel mehr schaden gemacht als erwartet hätte aber immer ist das ding auch jetzt schon so ein bisschen kaputt jetzt muss ich wieder mal ein bisschen gucken so crunchy hallo mit bedrohung schon mal ganz gut so ich mag crunchy es wird am all schade es kommt zurück na gut kommt stattdessen lux oh luxtra schick angriff runter und angriff wieder hoch tiefschlag hat natürlich nichts mehr gebracht war zu erwarten crunchy kommen wir mal kurz zurück schotty coole augen auch ja gerne hier guckte den shorty doch mal genau an wie kannst du ihm nur böse sein die 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 b die die Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Luchs wurde bepflanzt. Sonst sitzt Delegator ein. Oh. Okay, so ein Luchs habe ich auch noch nie gesehen. Kann ich damit... Na gut. Ah, okay. Das wirkt trotzdem. Ah. Okay, das wusste ich auch noch nicht bisher. Dass das auch funktioniert hat. Donnerzahn. Ah, jetzt bist du plötzlich wieder schneller. Da sind wir so gleich schnell so ziemlich. So, und... Hoffentlich Delegator weg. Ja, okay. Aber ein defensives Luxgrad ist auch mal was Neues. Ja, der Shorty kann gut tanzen. Er sollte Just Dance streamen. Und Luxra kommt zurück. Na gut. Tschüss Luxra. Wossen. Watson. Ah. Watson trifft sich... Passt mir eigentlich auch ganz gut. Was ist aber auch nicht sehr effektiv, ne? Wobei, ne. Das ist neutral. Jo. Igglesammen. Plop, plop, plop. Mal gucken, was kommt von deiner Seite. Lawine. Joa. Neutral. Ne, ne, ne. Das ist aber das, dass wir mir... Ach, nein. Nein. Muss nicht sein. So. Burn? Please. Yes. Burn confirmed. So macht die Lawine jetzt nicht unbedingt mehr Schaden. Shorty und Jan bei Let's Dance. Ne. Ne, ne, ne. Muss nicht sein. Ne. So. Hoffen wir mal, dass es reicht. Yes. Gut, dann haben wir noch mal so ein bisschen heilen können. Ne, ne. So. Shorty, guck mal. Jetzt kannst du richtig gut reinhauen. Jetzt passt es mal viel besser. Medi-Tales. Mega. Schafft doch mal nicht. Ja, doch, mein Mega. Dann würde ich jetzt einen Moguli verwarten. Ja. Wie gesagt, war zu erwarten. Und jetzt ein Psycho. Ne, Zinnkopfstoß. Oder Turmkick. Oder ein Steigerungshieb. Oder ein Ubleithieb. Und ein Volltreffer. Schaut, ich kann tanzen. Deswegen wollte ich das Dance nicht witzig. Ah, schade. Ähm... Was sollst du mir denn dagegen? Ich glaube, das wäre eine gute... Wahl. Sollte vielleicht wenigstens meine Wörter zu Ende reden. Wenn ich über Folgung was zu Ende sage. So. Wobei, das war vielleicht nicht gerade die beste Wahl, was ich da gerade gemacht habe. Sehen wir ja dann. Ubleithieb. Autsch. Ja, jetzt bringt der Delegate auch nichts mehr. Und jetzt brenne ich. Jetzt bringt mir das auch nichts mehr. Okay, ich hätte also doch angreifen sollen. Das hat doch mehr Schaden gemacht, als ich erwartet hätte. Und da hast du sogar deinen freien Boost sogar noch bekommen. Hm. Dann schauen wir mal. Hast du oder hast du nicht? Du hast ihn doch. Okay. Das habe ich nämlich auch schon von vornherein erwartet, dass da ein Giftieb auf dem Ding drauf ist. Möp, möp. Ähm, ja. Ähm, ja. Crunchy. Vielleicht kannst du was reißen. Hoffe ich. Ubleithieb. Könnte wehtun. Wird auch wehtun. Och. Ach ja. Na gut. Ich glaube, dann wird es das wohl schon gewesen sein. Ich glaube nicht, dass China dann auch so groß ein Mittel was machen kann. Nee. Hä? Ich bin schneller. Na gut. Das ist ein... Bei Jutsu. Was erwarte ich? Und nochmal Ubleithieb. Patsch. Auf ein Kaffee runter. Und du hast dich mehr geheilt, als ich dir abziehen kann. Von daher. Joa. Vorbei. Vielleicht kriege ich ja nochmal ein kleines bisschen Hex durch. Nee. Schade. Na gut. Dann hat mich Megamilitalis kaputt gehauen. Hätte ich mit Melotik angegriffen, statt den Delegator zu drücken, hätte es vielleicht auch ein bisschen anders aussehen können. Dann wäre das Ding wahrscheinlich jetzt tot gewesen. Aber gut. Kleiner oder großer Fehlpredict meinerseits. Predikt? Ja, nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin doof. Passt. Gut. Aber schaut, ihr habt ein bisschen was zeigen können. Im Vergleich zu anderen Kämpfen. Hex says no. No. Da waren heute mal keine Hex dabei. Muss ja auch nicht immer passieren. Eine schöne Stadt nehmen wir hier, Vanitya. In der man im Spiel doch sehr viel geschenkt bekommt. Hast du irgendwas für mich? Nö. Aber in dem Spiel habe ich wahrscheinlich eh schon alles geholt. Gut. Dann würde ich sagen, das war es von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.